Hier ist der Elektro-Rammstein-Fan In seinem Karavan, ist der Future-Man Oh, Automat ist einfach nur so ein Clowns-Gesicht Hier ist einer Hi, Kollege, wie läuft's? Der ist auch ein bisschen schneller als ein normaler Big Daddy Okay, da hinten Ja, da hab ich ja auch schon eingekauft Hab ich ja auch schon gehackt, das Ding Äh, what the fuck? Ah, wo ist er denn? Da ist er doch Da steht er doch Also Verbandskästen, 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 Verbandskästen Hab ich ja gar nicht Wer kämpft jetzt gegen wen? Ich will nicht kämpfen Ich hoffe, der Big Daddy da oben kämpft Ich sehe noch was Schau, wie dann der Big Sister Dann werde ich jetzt mal meine freilassen Ich hoffe, der Big Sister kommt jetzt nicht angerannt Oh, Gott Rechts neben mir ist einer, oder? Ach, egal Wo ist der Teufel Das ist gemein, wenn die oben steht Ja, sie stand oben Oh, du feige Drecksau Das war ein Fehler Schlampe Und du Hast auch ein Problem Mist Ja Das muss ich nicht tragen Hilfe, ein Fremder Kann ich fotografieren? Kann ich fotografieren? Gibt's Stress? Gibt's Stress? Oh, Schlägerei Schlägerei Aber wir sind doch nicht fertig Das sind wir Das sind wir Oh, Mann Wie viele Splicer sind hier noch? Ich will eigentlich nicht wirklich gegen Splicern hier Gegen die Big Sister kämpfen, falls eine kommt Was war denn das schon wieder für ein Fehler? Erst stand da 21 und einer in Reserve Ach, was soll das Retten Oh, mein Gott Ich kann nur beten, dass Big Sister jetzt nicht kommt Wir werden's gleich sehen Herzlichen Glückwunsch Du hast deine erste Belohnung für die Rettung der Little Sisters gefunden Ah, da Der Teddy Du bist nicht allein, Vater Die Mädchen, die du gerettet hast, halten zu dir Stolze Ried Ich hab's gesehen Zwei Little Sisters? Du Pisswacke Du Arschloch Wenn man Little Sisters rettet Dann bekommt man Für ein paar hintereinander Belohnungen In dem Fall Stolze Eltern Mit Stolze Eltern investierst du deine Zeit mit deinen Little Sisters noch besser Denn sie kann bei jeder Leiche mehr Adam sammeln Das nehm ich sofort Das nehm ich sofort Und da mach ich Bohrkraft lass ich Schnelligkeitsstube lass ich Evelink Da kaufe ich mir am besten Neues Und da bekomme ich noch viel mehr Zeug Adam und Geld Habe ich noch bekommen Da kaufe ich mir ein neues Genton Die kommt es flott Boah, das Spiel ist richtig cool Da kann man sau viel kaufen Also jetzt Achso, da ist sowieso Noch eine Gamebank in der Nähe Was kaufe ich noch? Winterblast Zwei Hypnotisieren Zwei Hypnotisieren brauche ich eigentlich nicht mehr Ähm Was haben wir sonst noch im Angebot? Telekinesen Zwei Eve Schoner Schwierig, schwierig Schienenknacker Elektrohaut Du nimmst weniger Schaden durch Elektrizität Fügest bei elektrischen Angriffen mehr Schaden zu Nee External Nee EZ-Hack Die Hack-Erfolgszonen werden etwas größer Nee, wahrscheinlich nur ein Strich Deine kritischen Treffer bewirken Größen und Schaden Was sind kritische Treffer? Wahrscheinlich Kopfschuss und sowas Du kannst einen weiteren Verbandskasten tragen Das wäre nicht schlecht Das wäre nicht schlecht Das nehmen wir Ah, das ist wieder Hm Okay Wandelndes entfernt Du nimmst weniger Schaden durch Feuer Und fügest viel mehr Schaden zu, wenn du Feuer verwendest Muss ich jetzt rechnen Also wenn ich das noch kaufe 40 Ah, man kann nicht noch auf W bleiben 40 So Dann kaufe ich noch Hm, Gentonicum-Slots Abfolger ist jetzt schon zu teuer Oh mein Gott Kaufe ich noch einen Gentonicum-Slot Na komm Und Dann kaufe ich noch dieses Was ich gerade gesehen habe Da kann ich Abfackeln 2 dann kaufen Das macht noch viel mehr Entschuldigung, wenn das jetzt so lange dauert Aber ich muss das ein bisschen planen Ich weiß nicht Abfackeln benutze ich sowieso nicht so oft Nee Vergesst das Mach ich nicht So, dann passen wir das Ganze mal an Ähm Was brauchen wir? Das brauchen wir auf jeden Fall nicht Was haben wir hier? Heimwerkers Sturze Eltern Das brauch ich Ja, komm Was ist dann hier? Das brauch ich nicht Dafür will ich Sturze Eltern Und das Kitzel-Alarm Heimwerkers Heimwerkers Sturze Eltern Ne, das brauch ich ja wirklich nicht Ah, das wollte ich Genau Okay Cool Haben wir es ja Haben wir es geschafft » «